Next time, right? Wir haben hier zur Kenntnis genommen, dass diese Protestaktion am 5. April stattfindet. An diesem Tag werden an unserer Schule die Prüfungen zur 5. Konkundente abgehalten. Wir sehen keine Möglichkeit, an der so wichtigen Demonstration teilzunehmen. Wir können Ihnen ja schreiben, so ganz toll ist es bei dieser großen Zahl dann nicht aufgefallen. Sie sagen, wir solidarisieren uns mit all den Kolleginnen und Kollegen, die heute auch stellvertretend für uns auf die Straße gehen. Vielen Dank.